hallo zusammen haben marco reuss hat eine flashback karte bekommen und die karte sieht auf den ersten blick wirklich gut aus ist eine rm karte als erinnerung für seit der saison 2009 2010 schon wirklich sehr sehr lange her bei glattbach noch damals und wir gucken uns die karte mal an vier sterne vier sterne hoch mittel arbeitsraten andere 92 schwindigkeit 85 abschluss mit 82 ist gut 84 schusskraft also für einen außenspieler wirklich gut der kurzer pass ist in ordnung effe sieht gut aus wirklichkeit balance dribbling ist für eine silberkarte wirklich gut ausdauer mit 81 wahrscheinlich auch besser als er jetzt hat gefühlt ja ist eine interessante karte und nur einfacher es wie wir brauchen nur eine einzige in 82 er ohne team of the week und 75 team chemie sollten wir alle hinbekommen wünsche euch viel spaß dabei bis dann ciao ciao